Siegen Hier kommen ja gerade ein paar zu viele Gegner Hätte keine Lust, alle nochmal zu machen, weil das einfach zu viel... also viel Zeit kostet... Oha, Baller, Hallöchen, tschüss Ähm, ja, also, ich... äh, ich will diesen perfekten Team besiegen Das kann doch nicht so schwer sein... ja, doch, kann das ja anscheinend schon Weil, wenn er mich in einem Heave trifft, bin ich am Arsch Aber den kann ich wieder nach dem gleichen Heave killen Komm her Ach so, voll machen und los Ach, wunderbar, stirbt sogar noch Okay Warte mal Das ist interessant Was haben wir denn hier? Jeey! Das könnte mir helfen! Wo bin ich? Jetzt bin ich hier Ah, okay, jetzt muss ich halt da nochmal neu hoch, aber das ist okay Dafür, dass ich jetzt eine Armbrust habe, ist das echt nicht schlecht Es sei denn, ich sterbe jetzt hier Dann fände ich das wieder derbe an sich Danke Okay Okay, wir können den Weg hier schon Das ist der Weg, den wir ursprünglich mal gegangen sind Wenn der Tür für den Brandbaum würde mich doch verarschen, ja Wir sterben Ist mir egal Weg Hä, müsstest du nicht tot sein? Ah ne, da hinten bin ich gerade runtergesprungen Okay, vergess es Das ist erledigt Auf sowas muss man immer achten bei Demon's Souls Bzw. ja, bei der Souls rein Da sind einfach mal irgendwo irgendwelche Sachen versteckt Das finde ich gut, dass die das jetzt im Spiel hier auch immer noch getan haben Ernsthaft Warte Die sterben Dankeschön Achja Ich erinnere mich, da war was Ha! Halt, Moment Eventuell habe ich ja Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Pass auf, pass auf Pass auf Eine zweite Waffe Was? 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 Hier ist der Das hätt ich gern mal kurz fertig. So. Jetzt zu uns beiden. Freund Blase. Ja was? Das geht's doch nicht! Verhass mich doch nicht! Kann ich den Danken? Ja, kann ich. Das kostet mich jetzt wahrscheinlich einige... Hallo? Falschen Moment. Huh! Ich kann ihn besiegen! Was? Was? Raus aus dem Fokus. So jetzt. Was geht denn? Hallo? Run my fucking bitch. Ja! 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 Kein k-k-k-k. I understood, understood, you're fucking awesome game. Scheiße. Ich hab gebackstapt. Wie hab ich das denn gemacht? Ich weiß jetzt wie man backstapt. Alles klar. Okay, 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 danke. Oh, warte mal, dann könnte ich den eigentlich ihn doch nochmal probieren. Ja, ich glaub, dann probier ich ihn doch. Ich werde so sterben. Ich glaub, dann probier ich ihn doch nochmal. Einfach nur, um nochmal zu sterben. Ja, okay, backstappen geht. Ich weiß auch wie. Das ist ganz einfach. Okay, alles klar. Ah, hoher hat Ulti. Mir. Zurecht, den Trick nicht verraten. Ich weiß nicht, wie's geht. Ich finde es gar nicht mal so schlimm. Und ich könnte meine Waffe auch noch mit Feuer überziehen. Vielleicht hilft das hier auch noch. Nein. Oh, oh. Wohinläufst du, mein Freund? Ja. Ich kann jetzt was aufheben. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht. So, sorry, ich bin jetzt gerade, sorry, ich bin gleich, aber ich bin gerade irgendwie etwas Das Rettung ist zum ersten Mal geschafft, den zu backstappen, obwohl ich ihn anvisiert habe Das geht anscheinend also doch, aber viel einfacher ist es halt mit dem nicht anvisiert haben, alter Okay, wir wollen mich selbst, Sperrheini ist immer auflaufen lassen, das hilft So, was mache ich jetzt mit dir? Sie hätte erstens gerne mein Dingens wieder Warte, mein Blut, danke Okay Warte auf Komm mal her, bitte Okay, bisschen Ausdauer Hey, das ist nicht fair Ich lass den Scheiß Schlag zu Sehr schön Nein Jetzt heilt er sich, willst du mich nutzen? Genau Ich muss Es ist nicht so Ich muss Sie haben Scheiß das Machen Guck Das Das Guck Ich Ich das gibt es nicht es kann doch nicht sein es kann doch nicht möglich sein alter, es kann doch nicht sein ok ernsthaft Planänderung ich versuche öfter das Spiel kennenzulernen was das jetzt genau heißt ich werde mir jetzt meine Seelen holen und zurück zum Nexus also zum Nexus zurückkehren einfach um es ist echt nicht wahr um zu gucken ob ich irgendwie mich aufleveln kann oder ähnliches einfach um zu gucken ob ich irgendwie mich stärker machen kann oder ob ich irgendwie irgendwas keine Ahnung weil bis jetzt habe ich ja noch nicht wirklich die Möglichkeit dazu gefunden diese Möglichkeit hätte ich aber gerne nicht aufzuleven oder irgendwas würde ich natürlich meine Seelen erstmal wieder haben und leck mich doch ähm krass äh Schwierigkeitsgrad ist echt nicht schlecht so holler die Wald viel Respekt boah 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 jo ähm ich weiß doch grad nicht wirklich was ich dazu sagen soll ich muss mich echt erst daran gewöhnen anscheinend ach du schon wieder ach du schon wieder ernsthaft hey die haben doch echt alle nen Arsch offen f*** dich f*** dich ist nicht noch mehr von meinem Zeug ähm fuck you ja äh ich muss mich erst ein bisschen an das Spiel gewöhnen eindeutig ähm ich glaube ich werde das mit einem anderen Level probieren aber ich glaube man kann die wechseln also man kann vom Nexus hier aus auflaufen lassen auflaufen lassen auflaufen lassen wunderbar das funktioniert immerhin das ist die Frage wo sind meine Seelen bei dir hinten am Plateau war klar ja dann muss ich doch einmal kurz ihn heraus oh was heißt locken eigentlich reicht das einfach wenn ich an ihm vorbeilaufe so probier ich oder probier ich es nicht ich wüsste nicht was es bringen soll das zu probieren außer durch der alles was ich verliere ich bin echt warum mach warum probier ich es jetzt warum probier ich es jetzt ich hab doch gesagt ich probier es nicht ja ich hatte recht warum ich es nicht probieren wollte ne ich lass es ich lass es ganz ehrlich es bringt nichts ähm ich werde jetzt meine 2800 Seelen versuchen zu retten ich könnte ihn natürlich auch versuchen irgendwo runter zu schmeißen aber ich weiß nicht ob das wirklich funktioniert er hat grad Schaden bekommen wodurch hat er Schaden bekommen er bekommt die ganze Zeit Schaden warum bekommt der gerade Schaden Wodurch bekommt der Schaden Wodurch bekommt der Schaden er bekommt die ganze Zeit 2 Schaden nein nein warum ja ja ich bin ich hör auch mal nicht um mich selbst er kann sich doch noch heilen haaaa gut ok jetzt komm ich immerhin einfach an meine Seelen dran muss den nicht mehr bekämpfen ähm das ist ich dachte das ist ein ganz normaler einfacher schwarzer Sperrkämpfer das ist mein Problem der ist ganz normal der ist dufte der ist knorkel der ist ein ganz normaler Typ der ist ein Gegner wie jeder andere ehrlich gesagt hab ich genau davor Angst das würde mich bedeuten das ich echt noch also ich okay ich werde sie auch stärker sonst ist ja nicht aber im Moment ist das einfach der riesige Herausforderung für mich diese Viecher die bringen mir überhaupt nichts hier um die Gegner nicht ja jetzt werde ich mich auch wirklich zurückziehen ich werde jetzt nicht nochmal probieren da will ich doch eigentlich noch ein bisschen stärker werden bevor ich das jetzt tue WTF? Ernsthaft. Okay. Ähm, ja wir werden es auch gleich probieren. Einfach ähm... Gibt es sowas wie Menschlichkeit oder was ist Menschlichkeit? Wie sieht das aus? Heißt das Menschlichkeit? Eieieieieieieiei... Okay. Ach, unser Ritterfreund wieder. Ja, okay. Das war aber in die falsche Richtung, in die ich gegangen bin. Komm, ich kann es auch noch mal in der Taktik machen. Nein, du bleibst hier oben. Ich brauch noch das, was du drobst. Ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein verfickter Ernst! Okay. 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 Vielen Dank.